Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute geht es um die wunderbaren Override und Final-Schlüsselwörter. Die sind ein kleines bisschen komplexer, deswegen wir brauchen zuerst mal ein bisschen eine Funktion, die vererbt wird. Ansonsten brauchen wir quasi nichts. Also die Konstruktoren lasse ich jetzt einfach mal drin, aber die haben eigentlich damit nichts zu tun. So, Virtual Void und natürlich Void Foo. Wie könnte sie sonst auch heißen? So, hat auch keine Parameter und macht im Endeffekt nichts außer Cout Base Doppelpunkt Doppelpunkt Foo, damit wir wissen, wo wir die Funktion quasi aufrufen. So, wenn ich jetzt natürlich hier mein Subobjekt auf, also mein Subobjekt hat jetzt, da ist ja von der Base-Klasse erbt, auch die Funktion Foo bekommen. Das ist ja quasi der große Vorteil von Vererbung, dass ich quasi die Funktion auch in der Unterklasse zur Verfügung habe. Ähm, und ja, jetzt geben wir einfach mal hier ein, wobei wir brauchen gar kein Cout, wir können einfach nur B3.Foo aufrufen. Foo. So, und wenn ich das jetzt hier mal laufen lasse, dann sieht das folgendermaßen aus. Ähm, und ja, wir bekommen hier natürlich ein Base-Foo raus. Ist ja ganz klar. So, das heißt, ich habe hier in meiner Subklasse natürlich die Void-Foo hier übernommen einfach. Ja, und ja, jetzt kann es aber mal vorkommen, dass zum Beispiel schreibe ich die Base-Klasse und mein Kollege schreibt die Subklasse, dann kann es leider mal passieren, dass mein Kollege, ähm, auf die Idee kommt, Mensch, eine Void-Foo wäre doch hier drin wunderbar nötig. Denn, ja, höchstwahrscheinlich sind die, ähm, Zuständigkeitsbereiche der Base- und der Subklasse auch zumindest mal grob ähnlich. Und dementsprechend auch höchstwahrscheinlich, oder eventuell überschneiden sich die, äh, einzelnen Funktionen und variablen Namen. Das heißt, was hier passieren kann, ist folgendes. Es könnte sein, dass ich hier eine Void-Foo finde, die, ähm, Cout Subdoppelpunkt Doppelpunkt, ähm, Foo macht. So, und ja, das ist natürlich auch gewollt, dass das möglich ist. Das nennt sich Überschreiben, beziehungsweise Overriding von Variablen, äh, Funktionen, beziehungsweise Methoden. Und das soll auch tatsächlich so sein. Jetzt kann ich das sogar machen, wenn ich jetzt hier meinen Sub in ein, äh, Base-Objekt caste und alles, dann wird auch SubFoo ausgegeben. Das ist alles wunderbar. Und das soll auch so sein. Aber, es kann vorkommen, dass hier der Name der Funktion aus Versehen so gewählt wird, wie der der Parent-Klasse. Und das soll natürlich nicht so sein. Und dazu wurde jetzt hier in C++11 neu eingeführt, zwei Schlüsselwörter, nämlich einmal Override und einmal Final. Wir sehen es hier schon, meine IDE sagt mir schon, ey, ähm, Kollege, mach mal hier. Ähm, man sollte, also man muss nicht, es funktioniert auch ohne, man sollte auch entweder ein Override oder ein Final dranhängen. Und dieses Override sagt jetzt einfach nur dem Compiler, beziehungsweise vor allem der IDE und mir, dass das auch wirklich beabsichtigt ist, dass ich diese Void-Foo überschreibe. Das will ich wirklich machen. In den meisten Fällen ist es das natürlich auch. Also in den meisten Fällen will ich das und in den meisten Fällen ist das auch absolut angebracht. So soll es natürlich auch sein. Ähm, aber es kann, wie gesagt, auch Fälle geben, da denkt man sich, oh, ups, äh, Override dranhängen. Ja, ich will aber gar nichts überschreiben. Ähm, ich wollte eigentlich eine neue Funktion oder eine neue Methode erstellen. Und, ähm, man merkt dann erstmal, dass man eigentlich gerade aus Versehen hier eine Funktion oder eine Methode überschrieben hat. Ja, ähm, dementsprechend ein gar nicht mal so unwichtiges, äh, Schlüsselwort. Was wir allerdings auch machen können, ist folgendes. Wir, also falls wir nicht wollen, dass die überschrieben wird, das macht manchmal Sinn, wenn wir irgendwie Algorithmen haben, die innerhalb der Base-Klasse nur wirklich mit genau dieser Methode hier funktionieren, dann kann es sein, dass wir mal ein Final dranhängen und dadurch sagen wir, hey, das Ding darf nicht überschrieben werden. Dann bekommen wir hier quasi einen Fehler. Da kriegen wir auch übrigens einen richtigen Compiler-Fehler, ähm, dass wir das nicht überschreiben dürfen, weil eben hier natürlich das Ganze so nicht sein darf, weil Final bedeutet, darf nicht überschrieben werden. Also Override ist hier quasi komplett falsch. Wenn ich jetzt aus Versehen diese Funktion überschreibe, bekomme ich natürlich auch einen Compiler-Fehler. Es ist nicht so, als würde es dann auf einmal durchgehen, sondern es heißt dann, jo, äh, das geht immer noch nicht. Da steht Final dran, das darfst du nicht. So, und das ist natürlich genau das, was ich hier möchte. Übrigens, kleiner Fun-Fact, wenn ihr was overridet, dann muss natürlich auch die Signatur exakt gleich sein. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht einen IntFu definieren oder auch einen VoidFu, der einen Int übernimmt. Das kann ich nicht definieren, weil natürlich die Signaturen hier nicht gleich sind. Ähm, sprich, ich bekomme hier einen Fehler, dass eben die Signaturen nicht okay sind. Und dass die nicht übereinstimmen, sprich, ich habe nichts zum Overriden. Wenn ich jetzt allerdings das Override wegmache und dann nochmal kompiliere und starte, dann sehen wir hier trotzdem, ich kriege trotzdem einen Fehler, dass ich das nicht überschreiben darf. Und das liegt hier vorne an dem IntFu. Wenn ich jetzt natürlich ein VoidFu mache, dann funktioniert das. Und wenn ich jetzt hier ein IntA als Parameter nehme, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal hier ein A rein, dann, ähm, ja, dann kann ich das durchaus machen, aber, äh, ja, ah, natürlich, oh je, was ist los mit mir? Ein Int42 hier reinstecke, dann kann ich das durchaus machen und dann kompiliert mir das auch, dann funktioniert das. Fun Fact, wenn ich jetzt hier keine 42 reinstecke, dann würde man ja denken, es sollte funktionieren. Aber es funktioniert nicht, weil dann eben trotzdem nur das Subobjekt genutzt wird, um zu gucken, ob ich hier eine Funktion mit VoidIntA habe. Sprich, ähm, kein Parameter anzugeben, heißt nicht, dass es mir dann diese VirtualVoidFu nehmen würde, was ich zumindest, ähm, erwarten würde, sage ich jetzt mal als Programmierer. Aber ja, ähm, kleiner Fun Fact hier an der Seite, das eigentlich nichts mit den neuen Schlüsselwörtern zu tun hat, sondern eigentlich eher mit klassischem C++ auch. Okay, das heißt, Override hinten dran, damit wir wissen, dass es auch wirklich Absicht ist, beziehungsweise auch die Warnung von meinem, äh, von meiner IDE ernst nehmen und sehen, oh, ups, ich habe da vielleicht was nicht, ähm, überschrieben, so wie es sein sollte. Jetzt gibt es allerdings das Wort oder das Schlüsselwort Final auch für Klassen. Das heißt, ich darf tatsächlich von ganzen Klassen nicht mehr erben. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal an, wenn wir hier eine ClassBase1 haben, ähm, und dann haben wir noch eine ClassSub1, ähm, und die ist jetzt Final und erbt von meiner Base1. Und dann haben wir natürlich noch eine ClassSub2 und ja, wenn ich jetzt versuche, mit der von meiner Sub1 Klasse zu erben, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Dann bekomme ich hier einen Fehler, denn ich darf nicht von meiner Sub1 Klasse erben, weil natürlich diese Sub1 Klasse hier als Final markiert ist, sprich nichts darf von dieser Sub1 Klasse erben. Was ich natürlich durchaus machen kann, ist Base1 zu erben und dann eben da weiterzumachen, wo ich gerade bin. Also das ist natürlich möglich, aber von Sub1 darf nichts mehr erben. Ja, und das ist so ziemlich das Wichtigste hier, was wir an den, ähm, Schlüsselwörtern hier sehen konnten. Und ja, das war es auch eigentlich schon wieder von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.